Unchain yourself und entfalte dein volles Potential. Das XNG Pro 15 oder 17 gibt dir als konsequent umgesetzte Gaming Workstation sämtliche Tools an die Hand, um das Optimum aus deiner Gaming Experience und deinen kreativen Workflow herauszuholen. Alles dank einer 24-Kern-CPU von Intel, leistungsstarken NVIDIA-Grafikkarten und schnellen G-Sync-Displays. Mit dem Core i9-13900HX und GPUs bis zur GeForce RTX 4070 machen Pro 15 und 17 einen großen Sprung nach vorne. Zum nochmal verbesserten Kühlsystem ist ein starker 80-Wh-Akku verbaut. Die neuen XNG Pro Gaming Workstations bestechen dabei optisch durch ein edles, größtenteils aus Aluminium gefertigtes Gehäuse. On top gibt es eine präzise Full-Size-Tastatur mit praktischem Nummernblock, großen Pfeiltasten und LED-Hintergrundbeleuchtung. Einschließlich freier Wahl aus verschiedenen Farben für jeden einzelnen Key. NVIDIAs GeForce RTX 40-Grafikkarten bringen dich quer durch alle Leistungsklassen hindurch auf das nächste Level mit deutlich mehr FPS in deinen Games. Die Top-Ausstattungsvariante der XNG Pro Laptops verwendet die sehr starke RTX 4070. Alternativ sorgt bereits eine RTX 4060 für reichlich Performance ohne Kompromisse. Den Turbo zündest du mit DLSS 3 als exklusiven Feature der RTX 40-Serie. Die KI-Technologie generiert zusätzliche hochwertige Frames, sodass deine Games selbst bei hoher Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten mit einer extrem flüssigen Darstellung glänzen können. Gilt übrigens auch für Computer-Aided Design und Content Creation. DLSS 3 sorgt hier unter anderem für eine flüssigere Darstellung von Real-Time-Renderings und wird bereits von zahlreichen AI-Anwendungen unterstützt. Advanced Optimus schaltet die Anbindung des Laptop-Displays vollautomatisch und den laufenden Betrieb zwischen dem leistungsstarken NVIDIA-Grafik-Chip und der effizienten integrierten GPU des Prozessors um. Beim Gaming profitierst du von der Direktanbindung an die DGPU durch höhere Performance und eine reduzierte Total System Latency. Für längere Akkulaufzeiten, laufruhigere Lüfter und einen effizienteren Betrieb sorgt das Umschalten auf die iGPU. Intel's Core i9-13900HX verschafft hier hochklassige Bestleistung für stark parallelisierte Content-Creation-Anwendungen und in fordernden Games. Die Intel-Flagship-CPU aus der von Desktop-CPUs abgeleiteten HX-Elite-Klasse bietet 24 Kerne, 32 Threads, einen auf 36 MB erweiterten Cush und einen beeindruckenden Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz. Angesichts dieser Features liefert der mobile High-End-Prozessor eine beeindruckende Single- und Multicore-Leistung. Über das XNG Control Center hast du zudem die Möglichkeit, völlig ohne Neustart ein CPU-Undervolting durchzuführen. Richtig angewandt sind so spürbare Performance-Schübe möglich, wie auch im Cinebench-Score zu erkennen ist. Einen ausführlichen Guide zum Handling des Features findest du auf XNG.gg oder per Direktlink in der Videobeschreibung. Die kompromisslose Performance eines Desktop-Prozessors im portablen Laptop-Format erfährt ihre Vollendung. Mit gestochen scharfer WQHD-Auflösung, einer hohen Bildwiederholrate von 240 Hz in XNG Pro 15 und 17, inklusive G-Sync-Unterstützung, rüstet dich das verbaute IPS-Panel für jede Herausforderung. Aber auch für alle kreativen Tasks präsentiert es sich in Bestform. Eine jeweils 99%ige Abdeckung des sRGB und des erweiterten DCI-P3-Farbraums garantiert dir eine exzellente Farbgenauigkeit. Eine kontrastreiche Darstellung, hervorragende Blickwinkelstabilität und lebendig brillante Farben runden die Display-Eigenschaften ab. Im Pro 17 kannst du alternativ auf ein 4K-Display mit 144 Hz und 400 nits setzen, das ebenfalls über eine 99%ige Abdeckung des sRGB und des erweiterten DCI-P3-Farbraums verfügen. Im professionellen Bereich steigern Multimonitor-Setups die Produktivität und finden auch in Gaming- sowie Streaming-Systemen zunehmend Verwendung. Die neuen XNG Pro 15 und 17 können zusätzlich zu ihrem internen Display nativ bis zu 4 externe Bildschirme ansteuern. Über HDMI 2.1, Mini-Displayport 1.4 und einen Displayport-fähigen USB-C-Anschluss, welche allesamt direkt an die leistungsstarke Nvidia DGPU angebunden sind und somit G-Sync, Nvidia Surround und alle aktuellen VR-Headsets unterstützen, sowie über einen an die effiziente iGPU von Intel gekoppelten Thunderbolt 4-Port. Damit aber nicht genug. Zusätzlich zu seinem Thunderbolt 4 und USB-C 3.2-Port bietet dein neues XNG Pro 2 USB-A 3.2-Steckplätze, 2,5 Gigabit LAN, schnelles Wi-Fi 6E und einen Micro-SD-Kartenleser. Zudem unterstützt der Audio-Port ein optisches S-PDF-Signal. Getrennte Ein- und Ausgänge für Kopfhörer und Mikrofon vervollständigen das Rundum-Sorglos-Paket. Dank der smarten Positionierung der Anschlüsse befinden sich sämtliche Ports für große Stecker an der Rückseite des Laptops. Wie soll deine Speicherbestückung aussehen? Mit der XNG Pro-Serie hast du die volle Flexibilität. Der Laptop verfügt über zwei SODIMM-Steckplätze für maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von bis zu 5600 MHz. Außerdem bietet er Platz für zwei NVMe-SSDs im M.2-Format mit freischneller PCI-Express 4.0-Anbindung. Als XNG-Kenner würde ich das kaum überraschen, aber auch ein nachträgliches Aufrüsten ist durch die sehr einfache Zugänglichkeit zum Gehäuseinneren jederzeit möglich. Um dir den bestmöglichen Sound auf die Kopfhörer zu zaubern und eine maximal immersive Gaming-Experience zu ermöglichen, verwendet XNG Pro Creative Soundblaster-Technologie zur maßgeschneiderten Klanganpassung. Über die App Soundblaster Studio kannst du optimierte Klangprofile für Gaming, Filme oder Musik aufrufen, den Sound getrennt für Lautsprecherboxen und Headset an deinen individuellen Geschmack anpassen und erhältst Funktionen zur Verbesserung von Sprachübertragungen. Deine neue mobile Gaming-Workstation. Mit XNG Pro 15 und 17 bist du für alle Tasks und Quests bestens gerüstet. Triple-A-Titel mit hohen Hardware-Anforderungen, aufwendige Content-Creation mit AI-Spielereien oder immersive VR-Erlebnisse. Dein Pro, dein Use Case. Übrigens steht uns noch ein XNG Pro 16 mit Nvidia Studio-Zertifizierung ins Haus. Ein separates Video dazu folgt. Nun war es das aber erstmal zu unseren beiden Gaming-Workstations. Dürfen es für dich 15 oder 17 Zoll sein? Und was ist eigentlich dein Lieblings-Feature? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Alles weitere zur XNG Pro-Serie findest du natürlich auch auf xng.gg. Und an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Schreib es uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.